Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Turbo 3 Video. Dieses Mal möchte ich euch eine Extension vorstellen, über die ich zufällig gestolpert bin. Ich saß gestern Abend auf dem Sofa, habe so auf dem Handy ein bisschen im Extension-Repository durchgescrollt, um zu schauen, ob es da was Neues gibt und bin da auf eine Extension gestolpert und dachte mir so, wow, die gibt es schon zwar seit 2013, aber ich habe die noch nie irgendwie registriert, noch nie auf dem Schirm gehabt, noch nie genutzt. Hört sich aber interessant an, schaue ich mir also mal an. Habe ich dann gestern Abend mal auf Twitch gemacht, habe mir die einfach mal angeschaut, getestet und dachte mir, okay, da sind ein paar echt interessante Sachen drin, möchte ich mal in einem YouTube-Video ein bisschen zeigen jetzt, weil nicht alle kommen auf Twitch vorbei oder folgen mir da, deshalb auch hier auf diesem Kanal. Bevor wir jetzt aber gleich zum Thema kommen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn du diesen Kanal hier noch nicht abonniert hast, dir aber diese Videos gefallen, rund um Turbo 3 und Extensions und ab und zu ein paar andere Sachen, ja, schau dich gerne ein bisschen um und ich würde mich natürlich freuen, wenn du ein Abo dalässt, dem Video auch einen Daumen hoch gibst und dann vielleicht sogar die Glocke aktivierst, das wäre nämlich auch cool, dann verpasst du keine zukünftigen Videos. Okay, aber jetzt gehen wir mal zum Thema. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Extension. Ich gehe mal auf meinen Browser hier und das Ganze nennt sich Backend Tools. Wir sehen, die gibt es schon seit 2013. Von Kurt Gussbett, viele Grüße, falls du dieses Video siehst. Ich habe die Extension tatsächlich noch nie wirklich auf dem Schirm gehabt und wir sehen, da gibt es acht Admin-Tools, Extension List to Recent Pages und so weiter. Vier Dashboard Widgets wurden jetzt mit der letzten Version hinzugefügt. Wir sehen auch, die aktuelle Version gibt es für Turbo 3, 10 und 11. Es gibt auch ältere Versionen der Extension. Die könnt ihr zum Beispiel auch noch in Turbo 3, 9 oder 8 verwenden, falls ihr das noch nutzt. Installation wie üblich, entweder per Composer oder über den Extension Manager direkt. Werde ich jetzt nicht zeigen, da ist nichts Besonderes zu beachten bei der Installation. Und ich habe das in meiner Testinstallation jetzt auch schon mal gemacht. Hab die hier also installiert. Und sobald die installiert ist, finden wir hier in den Admin-Tools ein neues Backend-Modul. Backend-Tools. Da gehen wir mal rein und ich lande als erstes in diesem Modul hier, Pages that use specific extensions. Ich kann mir hier also anzeigen lassen, welche Content-Elemente oder Plugins auf welchen Seiten genutzt werden. Das ist sehr praktisch. Das ist eine Funktion, die ich eigentlich bei fast jedem Turbo 3 Upgrade nutze. Bisher habe ich da oder in der Regel nutze ich da ein kleines SQL-Snippet, was mir mein ehemaliger Kollege und Kumpel Stefan Frömmken mal zusammengebaut hat. Grüße raus an Stefan, falls du das Video siehst. Da kann ich mir sowas auch direkt in der Datenbank anzeigen lassen. Alternativ ist natürlich das hier auch ganz praktisch. Ich sehe hier zum einen die ID des Content-Elements bzw. des Plugins. Ich sehe auch, ist das deleted oder hidden? Wie ist der Header? Was ist es überhaupt für ein C-Type? Ist es jetzt ein normales Content-Element oder eher ein Plugin? Dann ist der C-Type eben List und wir sehen hier bei List-Type, was für ein Plugin das ist. Also in dem Fall hier von der E-Rechts24-Extension oder hier von Index Search zum Beispiel. Und hier hinten in diesem letzten Bereich sehen wir, auf welcher Seite liegt dieses Content-Element. Ich sehe auch hier deleted hidden. Ich sehe den Titel der Seite. Dann hier oben haben wir eine ganze Reihe Filteroptionen. Ich kann auch zum Beispiel das Ganze hier einschränken. Ich möchte mir zum Beispiel mal nur die C-Types to Colts hier anzeigen lassen. Das ist ein Zweispalter, den ich mit der Container Extension umgesetzt habe. Ich kann dann eben sagen Search. Und dann werden mir jetzt eben nur noch die hier angezeigt. Ich kann auch die Sortierung hier ändern, kann hier drüben auch noch diverse andere Filteroptionen treffen. Ich kann das Ganze mir auch als CSV hier ausgeben lassen. Dann könnte ich das, was weiß ich, irgendwie anders weiterverarbeiten. Ja, eigentlich ganz praktisch. Über die Stiftsymbole komme ich natürlich dann auch direkt in das Content-Element beziehungsweise hier auch in die Seiteneigenschaften. Was gibt es noch für Module? Ich kann mir hier zum Beispiel die letzten Änderungen anzeigen lassen. Also die Latest Changed Pages and Content Elements. Dann sehe ich eben hier, okay, am 21.05. wurde hier an dieser Seite etwas verändert. Hier wurde ein Content-Element irgendwie verändert. Kann auch ganz nützlich sein. Du kannst das Ganze hier oben auch noch einschränken auf bestimmte Zeiträume und so weiter. Dann sehen wir noch Show Pages that link to a specific page. Das heißt, ich kann hier suchen. Zum einen kann ich hier den Startpunkt der Suche bestimmen. Ich sage jetzt mal eins, das wäre meine Startseite, also die ID. Und kann dann hier bestimmen, wohin soll der Link denn gehen. Also auch die UID einer Seite. Ich habe jetzt hier auch schon die 2 drin. Mal gucken, ob ich da was finde. Ne, finde ich nichts. Wenn ich auf die 1 suche. Und nach der 1 suche, okay, dann sehe ich, es gibt tatsächlich auf meiner Startseite ein Content-Element, das auf die Startseite verlinkt. Es ist aber gelöscht. Sehe ich hier deleted und hin yes. Kann vielleicht auch ganz nützlich sein. Gehen wir mal weiter. Das finde ich hier ganz praktisch. Show where Backend Layouts are used. Hier kann ich auch den Startpunkt der Anzeige bestimmen. Also die UID der Seite. In dem Fall wieder die 1 bei mir. Das ist meine Startseite. Sagt dann eben Search. Und sehe dann alle Seiten, bei denen eine Einstellung für Backend Layout oder Backend Layout Next Level vorhanden ist. Beziehungsweise Layout hier. Auch das geht. Dann sehe ich zum Beispiel hier auf der Startseite ist eben als Backend Layout Page TS Default eingestellt. So heißt das bei mir. Und das wird auch auf die Unterseiten vererbt. Dann auf der Seite mit der ID 5 wird diese Vererbung quasi unterbrochen. Da habe ich ein anderes Backend Layout eingestellt. Und was wir hier unten sehen, das ist tatsächlich die englische beziehungsweise französische Version der Startseite. Wir sehen die UID ist die gleiche hier. Ich kann das Ganze auch hier für das Layout nutzen. Also wenn du statt Backend Layout mit Layout arbeitest, kannst du das hier umstellen. Und bei mir wird das jetzt nicht genutzt. Also ich nutze das Layout Feld für Seiten eigentlich so gut wie nie. Ganz selten. Oder habe ich es überhaupt schon mal? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, dann das hier ist auch ein sehr interessantes Modul. Find used images without title or alt text. Also das ist sehr cool. Ich kann also hier einstellen, nach was soll gesucht werden. Dann show images used only in TT Content. Kann ich auch mal auf no umstellen. Und dann natürlich wieder die Startseite, äh, die Ausgangsseite der Suche. Kann man hier sagen Suche. Bei mir ist das jetzt hier mit Null, da ich tatsächlich das gestern ja schon gemacht habe. Aber ich kann mal schauen. Ohne Title Tag. Da habe ich sicher mehrere. Genau. So kannst du dir das auch vorstellen, wenn du hier nach ohne Alt Tag suchst. Dann wird das hier eben aufgelistet. Und du siehst hier eben welche Datei. Und hier siehst du zum einen sysfile Metadata und sysfile Reference. Ja, also das ist ja die Referenz zum Inhaltselement. Und das hier sind die Metadaten, die global hier gepflegt werden. Finde ich auch ganz praktisch, dass das hier so unterschieden wird. Dann hier hinten noch ein paar Informationen, wo das eben genutzt wird. Und dann kannst du theoretisch auch direkt jetzt hier reingehen. Ich kann da hinten auf den Stift klicken. Und lande dann tatsächlich in dem Content Element. Kann dann hier bei Images rein und könnte eben hier die Metadaten pflegen. Das geht von dieser Stelle aus tatsächlich nur für die Referenz. Also sysfile Reference, nicht für die sysfile Metadata. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich eigentlich diese Metadaten immer gerne hier global pflege. Und nicht im Content Element. Das geht jetzt hier scheinbar nicht. Vielleicht ist das eine Funktion, die irgendwann mal nachgerüstet wird. Das fände ich ziemlich cool. Du kannst auch hier unten, wenn du jetzt eben viele Bilder hast, die zum Beispiel noch kein Alt- oder Title-Tag haben, diesen Button hier nutzen. Replace Empty Title-Tag oder Alt-Tag. Je nachdem, was du oben auswählst. Entweder mit dem Alt-Tag oder dem Bildernamen in der sysfile Reference. Also ich habe hier überall leere Title-Tags. Wir können das einfach mal testen. Und dann siehst du, wurde das jetzt ausgeführt. Und jetzt wurde hier entweder der Dateiname eben als Title-Tag eingefügt, wenn kein Alt-Tag gesetzt ist. Oder halt hier das Alt-Tag. Sehen wir hier bei diesen beiden. Also der Inhalt des Alt-Tags besser gesagt. Also das finde ich eigentlich ganz praktisch. Aber wie gesagt, ich fände es noch geiler, noch praktischer, wenn ich tatsächlich die globalen Metadaten von dieser Stelle aus nachfliegen könnte. Aber trotzdem, geile Funktion, einfach um zu sehen, wo muss ich noch ran, wo muss ich meinen Inhalt noch optimieren. Dann diese anderen Module hier, die werde ich jetzt mal überspringen. Da muss man nämlich ein bisschen was vorbereiten. Da brauche ich dann Dateien, wo bestimmte Informationen drin zu finden sind. Aber da kannst du einfach das dir mal in Ruhe selber anschauen hier. Das könnte vielleicht nur ganz interessant sein, dass ich Redirects, die ich zum Beispiel in der HTXS normalerweise hinterlege, importiere. Dass die dann eben hier als interner Redirect angelegt werden. Ich bin mir immer nicht sicher, was besser ist. Redirects in der HTXS, Redirects hier. Ja, ich schwank da immer so ein bisschen. Klar, für Redakteure oder so. Wenn man denen das Modul freischaltet, dann könnt ihr das direkt im Backend pflegen als Administrator, der sowieso Zugriff auf den Server hat. Ich tendiere immer dazu, das eher in der HTXS zu machen. Aber ob es da besser oder schlechter gibt, das kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Dann kann man hier auch noch die Redirect-Einträge testen. Da wird also geschaut, ist der Status okay? Existiert das Ganze noch? Das Ziel noch? So verstehe ich zumindest diesen Test hier. Finde ich eigentlich auch ganz praktisch, weil mit der Zeit sammeln sich ja doch gerade auch die automatischen Redirects, wo man Seiten umbenennt oder verschiebt, hier an. Dann kann ich mal hier schauen, funktionieren die überhaupt noch? Kann dann eben ja auch Einträge selektieren und bei Bedarf auch löschen. Ja, das ist dieses Modul hier. Also wir sehen einige interessante und nützliche Funktionen. Dann gibt es noch ein paar Widgets, die können wir uns auch mal ganz kurz anschauen. Ich gehe mal hier in das Dashboard. Ich werde hier einfach mal ein neues Dashboard anlegen zum Testen. Wie nenne ich das? Das ist Backend Tools zum Beispiel. Add Dashboard. Und dann gibt es hier, wenn ich ein Widget hinzufüge, unter Fixpunkt gibt es jetzt vier neue Widgets. Das sind eigentlich alles statistische Informationen. Zum Beispiel über die Anzahl der Extensions im TYPO3-CONF-EXT-Folder. Also dann wird mir eben angezeigt, im TYPO3-CONF-EXT sind neun Extensions. Die müssen aber nicht zwangsläufig auch aktiv sein. Gut, hier in TYPO3-EF mit Composer schon. Da sind alle existierenden Extensions oder vorhandenen Extensions ja auch aktiv. Dann, was haben wir hier noch? Quatsch, das war der falsche Button. Hier. Statistic about Files. Number of missing Files. Könnte natürlich auch interessant sein. Gerade in größeren Installationen, wo sich viel tut in der Beziehung. Ist das gut, das im Auge zu behalten. Dann hier Statistiken über Seiten. Ich sehe ja also aktive Seiten. Hidden in Menu. Dann hier Hidden. Und Deleted. Kann vielleicht auch ganz nützlich sein. Und zum Schluss haben wir hier noch Statistic about Content Elements. und da sehe ich hier Enabled 64, Hidden 2 und Deleted 28. Was mir hier so ein bisschen auffällt, ist dieses Farbschema. Wir sehen zum Beispiel hier drüben ist Blau Hidden und hier ist Blau Deleted. Ich vermute mal, dass es einfach irgendwie per CSS die Reihenfolge sein wird, nach der die Farben hier bestimmt sind. Ich weiß es nicht genau. Kleiner Optimierungsvorschlag an dieser Stelle wäre, dass die Farben immer konsistent sind. Also wenn ich hier eben Deleted habe und hier Deleted, dass die Farbe gleich ist. Vielleicht auch eher Rot als Grün oder so. Ich weiß es nicht. Aber das ist das, was mir an der Stelle so ein bisschen auffällt. Was man vielleicht noch optimieren könnte. Ja, das war es eigentlich. Also ich finde gerade ein paar dieser Funktionen im Backend-Modul hier doch sehr nützlich. Gerade dieses erste Modul hier finde ich vor Upgrades ganz praktisch. Ja, wenn ich so Upgrades mache und da sind zum Beispiel Extensions wie, keine Ahnung, Grid Elements, DC oder irgend sowas drin, dann gucke ich immer gerne in der Datenbank, werden diese Extensions überhaupt aktiv verwendet? Weil es gibt ja auch ganz oft über drei Installationen, da sind Extensions drin, aber die werden gar nicht aktiv genutzt. Und dann ist es immer ganz praktisch, mal da zu schauen, was überhaupt an Plugins, an Content-Elementen verwendet wird. Ja, damit wären wir schon wieder durch mit diesem Video. Interessante Extension, die auf meiner Merkliste gelandet ist. Mal schauen, ob ich sie wirklich mal live einsetze. Aber ich denke schon. Hat doch ein paar nützliche Funktionen. Und danke an den Kurt Gussbett für diese Extension. Gehe nochmal Grüße raus an dieser Stelle. Ja, und damit wären wir fertig. Und jetzt bist natürlich du dran. Wenn dir das Video gefallen hat, was ich sehr hoffe, dann gib gerne einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du nämlich keine zukünftigen Videos. Das wäre ziemlich cool. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Mach's gut. Bis dann. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem Video.